Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Auch nach dem Bund-Länder-Treffen zur Energiekrise ist unklar, wie die Entlastungen für Haushalte und Unternehmen genau aussehen. Die Gespräche gestern im Kanzleramt blieben ohne Ergebnis. Mehrere unionsgeführte Länder gaben dafür der Bundesregierung die Schuld. Die Ampel müsse endlich sagen, wie die Milliardenhilfen konkret eingesetzt werden sollen. Die Zeit dränge. Finanzminister Lindner entgegnete, zunächst müssten die Eckdaten für die Strom- und Gaspreisbremse und die Steuerschätzung vorliegen. Der Gesprächsbedarf war offenbar groß gestern beim Treffen von Bund und Ländern im Kanzleramt. Als konstruktiv beschreiben Teilnehmer die Stimmung. Trotzdem geht man am Ende ohne Einigung auseinander. Das ist eine große Enttäuschung. Es dauert alles viel zu lange. Die Menschen verlieren die Nerven. Die Industrie weiß nicht, wie es weitergeht. Doch nicht alle sehen das Treffen so negativ. Für den thüringischen Ministerpräsidenten Ramelow sind die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern auf dem richtigen Weg. Ich hätte mir einen Tick mehr gewünscht an Klarheit, aber die Richtung ist die richtige und mit dieser Richtung können wir arbeiten. Einig sind sich Bund und Länder beim Ziel. Die Energiepreise für Industrie und Verbraucher sollen sinken. Wie solche Preisbremsen konkret aussehen könnten, berät gerade eine Expertenkommission. Kommende Woche soll sie Ergebnisse vorlegen. Auch deshalb sei gestern noch keine Einigung möglich gewesen, so die Bundesregierung. Wir haben aber jetzt konkret abzuwarten, wie die Strompreisbremse aussieht und wie die Gaspreisbremse genau konzipiert werden wird. Außerdem wollen wir noch die neue Steuerschätzung für das nächste Jahr einbeziehen. Und auf der Grundlage kann es dann auch erst eine konkrete finanzielle Verabredung zwischen Bund und Ländern geben. Es geht darum, wie die Krisenkosten verteilt werden. Die Länder fordern mehr Geld vom Bund für einen Nachfolger des erfolgreichen 9-Euro-Tickets. Außerdem wollen sie, dass der Bund die Kosten für das höhere Wohngeld übernimmt, die bisher zwischen Bund und Ländern geteilt werden. Auch die Kommunen machen Druck. In den kommenden Tagen brauche es Ergebnisse. Ich will gerne noch eine Woche warten, wenn es dann stimmt, wenn der Schuss sitzt am Ende des Tages. Denn es darf nicht nochmal schief gehen mit der Gasumlage. Das war schon ein Theater, was keiner braucht. Ob es so schnell geht, ist aber unklar. Das nächste Treffen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten ist am 21. Oktober in Hannover. Einig ist sich die Ampelkoalition nun offenbar bei der Stabilisierung der Netzentgelte. Um Haushalte und Industrie bei den Stromkosten zu entlasten, will der Bund knapp 13 Milliarden Euro einsetzen, bestätigte Wirtschaftsminister Habeck am Abend dem ARD-Hauptstadtstudio. Mit dem Geld sollen die Gebühren auf aktuellem Stand gehalten werden. Ohne die Hilfen hätten sich die Entgelte möglicherweise verdreifacht. Weiter uneins ist sich die Ampelkoalition über den begrenzten Weiterbetrieb von zwei süddeutschen Atomkraftwerken. Wirtschaftsminister Habeck hatte geplant, sie noch bis maximal Mitte April als Reserve vorzuhalten. Die FDP aber drängt auf längere Laufzeiten. Deshalb hat das Bundeskabinett heute nicht über die gesetzlichen Änderungen beraten. Der Bundestag hatte 2011 den geordneten Ausstieg aus der Hochrisikotechnologie beschlossen. Reger Austausch zwischen Wirtschafts- und Finanzminister vor der Kabinettssitzung. Aber bei der Abstimmung zwischen beiden Politikern hakt es nach wie vor. Und damit auch zwischen Grünen und FDP. Eigentlich wollte das Kabinett heute den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke Isar 2 und wie hier Neckar-Westheim beschließen, bis ins Frühjahr. Um die Stromnetze stabil zu halten, brauche Deutschland die von ihnen produzierte Energie, hatte Habeck als Grund genannt. Doch dann verschwand die Vorlage wieder von der Tagesordnung. Finanzminister Lindner geht sie sowieso nicht weit genug. Ich sage Ihnen voraus, in jedem Fall werden die zwei im nächsten Jahr, das weiß auch jeder, werden die am Netz sein. Aber ich glaube nicht, dass das ausreicht. Wir brauchen mehr. Und in der Frage sind wir schlicht noch nicht einig. Mit dem Kanzler hätten sich die Minister darauf verständigt, die beiden Atomkraftwerke nur bis Mitte April laufen zu lassen, sagen die Grünen. Die Bundesregierung hat sich ja entschieden, alles dafür zu tun, damit wir gut und sicher durch diesen Winter kommen. Dazu gehört auch eine zeitlich eng begrenzte Einsatzreserve für zwei Atomkraftwerke für den Notfall. Das ist jetzt wichtig für die kommenden Monate. Darüber hinausgehende Laufzeitverlängerung lehnen wir Grünen ab. Doch Lindner legt auf Twitter nach, kann sich vorstellen, zusätzlich zwei bereits abgeschaltete Atomkraftwerke wieder ans Netz zu holen. Die FDP macht Druck, die Grünen verweisen auf den Koalitionsvertrag. Bleibt die Frage, wie lange sich die Ampel, die offen ausgetragene Uneinigkeit der beiden Minister noch leisten kann, deren Ressorts zentral dafür sind, um die Energiekrise in den Griff zu bekommen. Die Öl-Allianz OPEC Plus will ihre Ölproduktion deutlich senken. Von November an werde man pro Tag zwei Millionen Barrel weniger fördern, teilte der Verbund mit. Dadurch soll der zuletzt gefallene Ölpreis mindestens stabilisiert werden. Die OPEC Plus besteht aus 23 Staaten, zu denen auch Russland gehört. Die Allianz hat einen weltweiten Marktanteil von rund 40 Prozent. Die Entscheidung könnte Heizöl und Benzin daher spürbar verteuern. Trotz internationaler Kritik hat Russlands Präsident Putin das Gesetz zur Annexion ukrainischer Gebiete unterzeichnet. Damit stehen die teilweise von Russland besetzten Regionen Kherson, Zaporizhia, Luhansk und Danetsk künftig unter dem Schutz der Atommacht. Als Reaktion auf die völkerrechtswidrigen Annexionen haben die EU-Staaten ein achtes Sanktionspaket auf den Weg gebracht. Es sieht unter anderem einem Preisdeckel für Ölimporte aus Russland vor. Noch immer liefern russische Schiffe weltweit ihr Öl aus. Das Land verdient weiter prächtig. Die Nachfrage etwa in Indien ist besonders hoch. Eine Preisobergrenze für russisches Öl soll dieses Geschäft erschweren und noch höhere Preise vermeiden. Lieferanten, die sich daran nicht halten, könnten künftig weniger Geschäfte in der EU machen. Das achte EU-Sanktionspaket sieht aber noch weitere Maßnahmen vor. Es geht dabei zudem um die Einschränkung von Exporten aus Russland, aber auch um deren Importe für die Industrie. Mit dem Ziel, den technologischen Sektor Russlands für den Krieg weiter zu schwächen. Hinzu kommen Strafmaßnahmen gegen Personen, die bei den Scheinreferenten und der Annektierung ukrainischer Gebiete durch Russland geholfen haben. Unabhängig davon plant die EU-Kommission auch eine Obergrenze für Gaspreise. Die Maßnahme ist umstritten. Deutschland etwa sorgt sich um die Versorgungssicherheit. Denn Gaslieferanten könnten einfach an andere Regionen verkaufen, in denen mehr gezahlt wird. Die Kommissionspräsidentin mahnt zudem mehr Zusammenarbeit auch beim Gaseinkauf an. Nach dem Winter müssen wir unsere Gasspeicher wieder auffüllen. Und wenn wir dann sehen, dass wir abermals in der Situation sind, dass sich EU-Mitglieder gegenseitig auf dem Weltmarkt überbieten und dass das die Gaspreise steigen lässt, dann ist das nicht nachhaltig. Details der Kommissionsvorschläge sind noch unklar. Am Freitag wollen die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfel in Prag darüber beraten. In Großbritannien hat die unter Druck stehende Premierministerin Truss ihren Kurs in der Wirtschaftspolitik verteidigt. Sie sei bereit, harte Entscheidungen zu treffen, sagte Truss auf dem Parteitag der Tories. Nach scharfer Kritik, auch aus den eigenen Reihen, hatte sie ihren Plan zurückgenommen, den Steuersatz für Spitzenverdiener zu senken. Der Song sollte Zuversicht verbreiten und das war nötig nach den letzten vier Tagen, in denen die Kritik aus der eigenen Partei an ihr kein Ende nehmen wollte. Statt aber darauf einzugehen, blieb Truss in ihrer Rede bei ihrem Kurs. Ich habe drei Prioritäten. Wachstum, Wachstum und Wachstum. Finanzieren will sie das weiter durch Steuersenkungen für die Reichsten, auch nachdem sie die Abschaffung des Spitzensteuersatzes zurücknehmen musste. Nicht jedem wird das gefallen, aber jeder wird am Ende davon profitieren. Wie sie das im Detail erreichen will, blieb weiter offen. Viele Tories im Saal deshalb auch nach der Rede weiter skeptisch. Es war nicht der beste Start, sie muss jetzt dazulernen. Du hast immer Gegner, sie muss jetzt einfach weitermachen. Das wird nicht ganz so einfach sein, denn das, was sich auf diesem Parteitag abspielte, war weit mehr als der übliche Dissens. Das erklärten selbst Truss Freunde auf offener Bühne in Birmingham. Ich bin sehr enttäuscht, dass einige hier einen Coup inszeniert haben und ihre Autorität derart unterminiert haben. Fürs Erste hat Truss mit ihrer Rede heute Zeit gewonnen, mehr aber auch nicht. Noch nie hat eine Premierministerin in so kurzer Zeit so viel an politischem Kapital verspielt. Dennoch dürfte Truss vorerst im Amt bleiben, denn die Umfragewerte der Tories sind seit letzter Woche derart abgestürzt, dass die Partei Neuwahlen jetzt auf keinen Fall riskieren will. Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an drei Forschende, die sich mit der Struktur von Molekülverbindungen beschäftigen. Wie die königlich-schwedische Akademie in Stockholm mitteilte, werden die US-Amerikanerin Carolyn Bertosi, ihr Landsmann Barry Sharpless und der Däne Morten Meldal ausgezeichnet. Sie werden für Methoden zum zielgerichteten Aufbau von Molekülen geehrt, die sogenannte Click-Chemie. Moleküle basteln so einfach wie Lego-Spielen. So beschreiben die Wissenschaftler Bertosi, Meldal und Sharpless ihre Entdeckung, die Click-Chemie. Für Sharpless ist es nach 2001 bereits der zweite Chemie-Nobelpreis. Bei der Click-Chemie werden größere Moleküle durch kurze Verbindungsmoleküle verknüpft. Die größeren Moleküle können so zuverlässig miteinander verbunden werden, auch wenn sie sonst eigentlich nicht miteinander reagieren würden. Carolyn Bertosi entwickelte die Methode weiter, um sie in lebenden Zellen einsetzen zu können, so dass der Organismus nicht gestört wird. Mit diesen Technologien können einzelne Proteine und Biomoleküle in einer Zelle oder einem Organismus markiert und verfolgt werden, wie sie sich bewegen und verhalten. So können Medikamente genau dorthin gelenkt werden, wo sie benötigt werden, ohne dass sie woanders Nebenwirkungen auslösen, etwa Krebsmedikamente. Als wir dieses Feld begründeten, waren wir darauf fokussiert, mehr über komplizierte biologische Systeme zu lernen. Später wollten wir dann Medikamente entwickeln, die auf diese Systeme abzielen. Carolyn Bertosi ist dieses Jahr die erste Frau, die mit einem Nobelpreis ausgezeichnet wird. Und insgesamt erst die achte überhaupt, die einen Chemie-Nobelpreis erhält. Bertosi, Schaples und Meldal teilen sich ein Preisgeld von umgerechnet knapp einer Million Euro. Der Drehbuchautor Wolfgang Kohlhase ist tot. Er starb heute im Alter von 91 Jahren in Berlin. Kultur und Politik reagierten mit großer Anteilnahme. Bundespräsident Steinmeier würdigte ihn als großen Geschichtenerzähler, Kulturstaatsministerin Roth als feinsinnigsten Drehbuchautoren. Kohlhase hat gesamtdeutsche Filmgeschichte geschrieben. Mit Drehbüchern zu Solo Sunny, Die Stille nach dem Schuss oder Sommer vorm Balkon. Das Notieren einer Geschichte zum Zwecke ihrer Verfilmung. So beschrieb Wolfgang Kohlhase selbst, was ein Drehbuch sei. Genau so sind seine Filme unaufgeregt, nah an den Menschen und sehr wahrhaftig. Eines seiner ersten Filmdrehbücher, Berlin, Ecke Schönhauser von 1957. Die wissen nicht wohin mit ihrer Kraft. Nicht immer, aber oft spielen seine Geschichten in Berlin. Kohlhases Geburtsstadt. So auch Solo Sunny von 1980. Ist ohne Frühstück. Was soll denn dit? Nein, deswegen bin ich extra nicht arbeiten hier. Ist auch ohne Diskussion. Die Sängerin Sunny, schillernd und kompromisslos. Der Film erfolgreich, nicht nur in der DDR. Auf der Berlinale in West-Berlin gewann die Hauptdarstellerin einen silbernen Bären. Auch im wiedervereinigten Deutschland wird Kohlhase zu einem der wichtigsten Drehbuchautoren. 2005 kommt Sommer vorm Balkon ins Kino. Kannst du dir vorstellen, mit jemand für immer zu leben? Zwei Freundinnen auf der Suche nach dem Glück. Ein wenig schräg und sehr echt. Als wohnten sie gleich nebenan. Kritik und Publikum sind begeistert. Wolfgang Kohlhase, ein Meister des Beobachtens und des Erzählens. Und den Film Sommer vorm Balkon, zu dem Kohlhase das Drehbuch geschrieben hat, können Sie sich in der ARD-Mediathek anschauen. Und jetzt die Lottozahlen. 9, 10, 17, 37, 38, 49, Superzahl 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewehr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 6. Oktober. In der Nacht überquert uns eine schwache Front des Tiefs über Norwegen. Danach setzt sich schon wieder hoher Luftdruck durch. In der Nacht zieht von Nordwesten ein Wolkenband südostwärts. Gebietsweise kann es daraus etwas regnen. Am Tag ist es im Süden noch zeitweise stark bewölkt. Ansonsten Sonne und Wolken im Wechsel. Viel Sonnenschein. Bis zu 10 Stunden gibt es vom Westen bis in die Mitte. In der Nacht 14 bis 5 Grad. Am Tag 15 Grad in der Eifel, 21 Grad im Süden. Am Freitag in der Südhälfte Nebel, der sich länger hält. Abseits davon Sonne und Wolken. Im Norden viel Sonne, Richtung Nordsee mehr Wolken. Am Samstag mehr Wolken als Sonne. Gebietsweise Schauer im Westen, später freundlicher. Am Sonntag in der Nordhälfte viele Wolken. Im Süden viel Sonnenschein. Um 22.15 Uhr hat Alina Booth diese Tagesthemen für Sie. Enttäuscht, was Bürger und Unternehmer von den ergebnislosen Gesprächen der Bund-Länder-Runde halten. Und verzockt, warum der reichste Mann der Welt nun doch Twitter übernehmen will. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017